Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite-Challenge, heute mit Dave Knight. Was geht ab, Leute? Moin, moin, wir machen heute die Rainbow Challenge Extreme. Du darfst von jeder Waffenfarbe nur eine Waffe benutzen und die musst du das ganze Spiel über behalten. Zum Beispiel grüner Revolver, bleib dann Waffe grün, Revolver. Du weißt Bescheid. Ach du, okay, okay, das wird auf jeden Fall... Das wird tricky. Oh, ich habe schon mal einen Grabbler. Achtung, hat er das gehört? Ich habe auch keine Waffe, ich will keine nehmen. Da war eine grüne MP gewesen, aber die will ich eigentlich nicht. Okay, wir haben einen grauen Revolver. Oh, ich nehme auch einen grauen Revolver, das smartes Play für einen Revolver. Hier, schau mal. Jetzt noch ein Big Pot. Draußen grappelt schon jemand. Der kommt auf unser Dach drauf. Komm, heilen uns nochmal. Brigitte. Ja. Oh, grüne Hebelpumpger, ne? Aber lohnt sich nicht, die Hebelpumpger. Da drüben ist einer. Hit. Zack. Close ist noch jemand. Zwei sind nicht close, oh Gott, pass auf. Ich habe nur Revolver. Oh, einer ist hier im Bunker drin. Knock. Zack. Crack, nochmal den auf dem Dach. Hier noch einer. Hab ihn halt schon down. Oh mein Gott. Kurz den Bego reinziehen. Hast du noch Sniper-Munition? Ich habe null Schuss. Äh, ne, ich habe leider auch nichts. Doch, ich kann ja keine Büsse geben. Da kommt einer, da kommt einer. Ah, der ist ein Solo, ist ein Solo. Oh, er ist oben drauf, hat mir einen Hit gedrückt. Kann ich einen Biggie geben, wo bist du? Schau mal, Minis und Biggies. Okay. Der zieht durch. Ich habe nur noch einen Schuss. Ich habe drei Schuss. 90, ich habe keine Munition mehr. Oh, ich push. Cracked. Ich muss reloaden. Hab ihn. Oh mein Gott. Alles liegt an dir. Ja, okay, ich nehme grüne Spaß mit. Safety first. Nein, ich habe aus Versehen blaue MP aufgehoben. Muss ich die jetzt benutzen, oder was? Eigentlich einmal aufgesammelt, oder? Du meintest selber, Extreme Challenge. Ja, okay, scheiße. Ist egal. Graue Revolver, grüne Pump. Das heißt, mit ein bisschen Glück. Da ist jemand in Vorsicht. Ich habe noch keine Muni. Ich habe noch null Schüsse. Ich habe hier, 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 hier. Nice. Lass uns einen Schlag einnehmen, du brauchst du sammeln. Komm her zu mir. Ja. Ja, toll. Da kommen blaue Sachen und ich darf nichts nehmen. Der ist beim Ding. Ja, ich sehe ihn. Will er rebooten? Ja, der will rebooten. Ey, er rebootet. Ich gehe drauf. Willst du dir den pushen? Okay. Oder willst du den Kills holen? Ja, der ist gut. 90 nochmal. More reload. 90 nochmal. Ey, er ist einer B. Und dein Baum hier. Ja, komm, drauf. Hast du immer noch nur den grauen Revolver? Ja, ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr, Füx. Armin. Oh mein Gott. Okay, lass kurz Flaggen nochmal zurückgehen. Junge, wie du richtig geizt mit Waffen aufheben, ne? Ja, ich habe, also Grablight hält dir nicht das Waffe, oder? Nee, Grablight dürfen wir benutzen, ganz normal. Ja, deswegen. Soll ich mir jetzt überlegen? Ja, grün würde ich eigentlich gerne entweder eine Trommel-Pumka mitnehmen oder eine MK-Alpha. Oh, hier sind die Havoc-Pumka. Oh, blau. Aber auch nur Müll. Nee, ich will das nicht aufsammeln. Blau darf ich eh nix. Schau mal hier. Oh nein. Dann hast du wenigstens ein bisschen Munition. Ja, ich geiz so ein bisschen mit den Waffen. Ich will sie nicht verschwenden. Okay, das heißt, ich kann noch Lila mir was Gutes holen und Gold. Ich hoffe, ich kriege irgendwas Dickes. Okay, ich nehme jetzt die grüne Havoc-Pumka mit. Einfach mal, um noch eine zweite Waffe zu haben. Okay. Oh, ich habe Schlüsselmeister. Let's go. Oh, geil. Wichtig. Und noch Schlüssel. Ich gehe mal schnell zur Schlüsselbox da hinten. Und blaue Tommel-Shotgun. Ja oder nein? Du kannst gut mit blauer. Aber du hast halt dann zwei Shotguns, ne? Muss ich die grüne mitnehmen? Nee, musst du nicht. Aber du darfst halt nur als grüne Waffe die Havoc spielen. Ja, okay, okay. Dann lass ich jetzt mal liegen. Oh, lila MK-Alpha. Ah, nee, oder? Geil, von Schlüssel gekauft. Oh mein Gott. Freunde, wenn ihr meine Fortnite-Challenges feiern lasst, unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da und denkt immer dran, Crater-Code-Fix kostet nichts. Gerne im Itemshop eingeben und vielen, vielen Dank, der mich darüber supportet. Küschen geht raus. Hast du das Kopfgeld angenommen? Ich habe Kopfgeld angenommen, aber ey, die sind in Chatter-Slaps oder so. Ich weiß wirklich nicht, ob wir die pushen wollen. Nee, lohnt sich nicht. Ja, lohnt sich ehrlich nicht. Ich komme mal auch zu dir rüber. Wir können jetzt einen Mega-City oder einen Buster oder so machen. Ich meine, die goldenen Schlüffis würde ich gerne mitnehmen. Oh ja, gute Idee. Ich hätte auch gerne eine goldene Pump, ne? Oh ja, ey, lass auf die Insel gehen für die müdischen Trommelpump ganz später. Boah, Lila-Spaß, aber ich darf keine lila Waffe nehmen. Ja, da ist das Lila schon Sturmgewehr, ne? Ja, ja. Naja, aber das Lila Sturmgewehr ist schon mal sehr nice. Wenn man hier ist Infrarotfisch, dann siehst du vielleicht besser einen Gegner. Wenn du Blindfisch siehst, siehst du ja immer nichts. No-Kills. Lacher bist du. Ja, ja, ich merke schon. Exotische Pump. Geh weg, du Schwein. Ja. Let's go, wie du klauen wolltest, ne? Nee, hä? Ich hab's genau gesehen. Was unterstellst du mir jetzt, ey? Ey, ich hab's genau gesehen, wie du klauen wolltest. Ich wollte nur anfangen, wie beim bester Freund sich eine coole Waffe kauft. Ja, ja, okay. Vor allem jetzt. Nice. Ich brauche eigentlich nur noch einen goldenen Revolver und ich habe das beste Loaded, was überhaupt geht. Wow, der exotische Sturmgewehr auch noch obendrauf. Das wäre krass. Komm, wir pushen die, die den Tresor aufgemacht haben, oder? Yes, würde ich auch sagen. Er hat nur noch zehn Grablarsches, dann lass mich jetzt mal ein Auto holen. Ich brauche nur noch zwei. Ja, lass das Auto holen. Kommst du rein? Ah, ich hab ein eigenes Auto. Ja, okay, Abfahrt. Wir brauchen nämlich unsere Slurps. Yes, auf jeden Fall, Mann. Längst von der Tankstelle war auch Gegner, aber ich brauche mich nicht. Ja, da kommen welche rüber. Ich geh mal kurz hier in den Busch rein. Pass auf, hier sind zwei Teams. Eins ist drin und eins ist hier. Der kommt close. Das ist close, hier. Wollen wir ihn killen? Lock. Hinter uns noch? Nee, doch nicht. Oh, epische MK-Alpha. Geil. Close. Oh Gott. Down. Achtung, oben ist einer hier oben. Er wird ja gedrückt. Hab ihn gettet. Cracked. Down. Und die haben Slurps. Okay, was liegt denn noch alles Gutes rum? Oh, blaue, ich hab schon blaue Waffe, aber. Hier sind noch Slurps. Ich darf nur noch Gold und Mythisch nehmen. Ja, bei mir genauso auch, ja. Gold und Mythisch noch. Irgendwie wird die Hops genommen haben. Und Krone auch noch. Warte mal, ich hab keinen einzigen Kill bekommen von denen. Dan, du bist so ein Loser, Bro. Null Kills. Alba, null Kills. Ich weiß es nicht. Alles geschlot. Nein, ich hab eine epische Trommel. Egal, wir gehen gleich zur Insel. Oh, für Mythische, meinst du? Ja, ja. Ey, Bro, die mythische Trommel, das muss ich mitnehmen. Wollen wir da hingehen? Die haben aufgemacht. Ich hol dich ab mit dem Auto gleich. Yes. Oh, es geht noch mehr dann. Er ist so weit weg, aber. Okay, mal ganz gut. Das ist unser Kopfgeld. Steig ein. Hier, close. Ah, ja. Lass auf den rechts. Oh, sorry. Alles gut. Ich hab drunter bekommen. Ich mach Baum kaputt. Cracked. Habe einen down. Der andere hat glitscht. Digga, wie du alle... Nein, oh, du hast einen. Nein, einen Kill hab ich bekommen. Oh, jetzt werd ich schon hier fast ausgeschrien. So, Insel spawnt jetzt nach der Zone spawnt die. Lass mal Auto reinsetzen, oder? Dann können wir schon mal Richtung Insel gleich düsen, sobald die da ist. Fert's mir kurz und slapen. Wir haben ja genug. Oh, Gegner. Haben wir auf dem Board geschossen, die Idioten. Ja, oh my God. Oh, die haben einen crazy Abo schon wieder. Oh, bitte splashy, ich war. Bitte splashy. Ich hab einem 70 gegeben, 100. Warte mal, 80 auf einen. Transformerskin hat von mir 100 bekommen. Ich bin hier ein bisschen im Lowground, das ist ein bisschen kacke. 70 nochmal auf den anderen. Die sind auf dem Haus drauf. Ich hätte gleich von hinten gepushen. 70 cracked. Da habe ich es bin. Nein, sagen wir mal, minus 100 nochmal. 50 weit, easy. Nice one, good job. Und Grabbler für mich, geil. Oh, die haben goldene Sachen. Ich würde sagen, lass ich da echt für die Insel gehen, oder? Für die müdische. Ja, lass machen. Da können wir goldene aufbewahren für eine goldene Revolver oder wie auch immer. So, markiert. Nein, da. Junge, wir sind schon wieder komplett am Rasieren. Und zwölf Kills, zwölf Leute noch am Leben. Wichtig. Da gibt's Herbst. Optimal, optimal. Autofahrt ist günstig, ne? Oh, nee, ich bin Profi, du Lügner. Er ist wie meine Oma. Oh, unser Bot. Ja, ja, die sind da mit dem Haus hinter uns. Ja, ja, ich versuch mal. Ist es noch drin? Ne, ich bin gerade ausgestiegen. Ich habe einen Rift bei mir. Ja, ich bin auch geriftet. Ja, dann ab auf die Insel. Ah, Insel ist leer. Ja, ja, ich versuch den noch zu holen. Komm mal kurz zurück, oder? Dass es weiter schneller geht. Gleich. Okay, nice. Oha, chillt mal, Jungs. Ey, für Ake geht es so schnell schon mal an, ne? Richtig geil. Aber das ist nur noch 20 Sekunden insgesamt. Push, push, push. Oh, pass auf. Ich mach hier weiter, ich mach hier vor der Bunker ein, hier unten. Schau mal ins Lerp rein, schon mal. Einer hat 100, oder bis der Cyberdown kann, ohne, pass auf. Chill hier unten. Nice. Ich habe einen müdlichen Trommelpumpkan. So, ab sie. Da haben wir einen 30, die geht. Ja. Crack, der andere ist hinter mir. Über 130 auch, sie kommen beide 1 AP. Aber noch, der andere ist unten. Der haut ab, der haut ab. Crack. Nice one. Aber hol dir mal einen müdlichen Trommelpumpkan ab, fliegt hier vorne. Was soll ich die nehmen? Ich habe halt exotische, die ist halt auch richtig krass. Was? Ah, stimmt, ne, lol. Ja, okay, das stimmt. Oh, ich glaube, ich bin nicht. Okay, acht Leute noch. Ich habe immer noch mythisch und dingfrei und Gold. Oh, schau mal, hier unten würde was müdliches liegen. Neben der Pumpkan-Munition, die ich markiert habe. Also eigentlich dafür gehen, ne? Was soll ich das nehmen? Aber graue Revolver fetzt halt auch, ne? Ja, Bro, hier, diese Dinger, ne, die machen... Nein, nein, ich bin halt Revolver, ist mir egal. Was? Du spielst lieber grau als mythisch. Safe. Noch einen goldenen Revolver für mich aus dem Automaten hier. Zack, sage ich doch. Nix. Ja, schade. Aber Gold kann ich auch noch mitnehmen, das stimmt. Oh, da vorne sind Schüsse. Mal es einmischen gehen. Yes, sir. Moin, Jungs, wir kommen mit unseren Rainbow-Waffen. Auf dem Haus. Hier rechts läuft jemand. Oh, der ist low hier. Einer ist dort. Hier drüben. Weiß Schweiz. Ganz Schweiz. Er ist 1 AP, ne? Nice. 50. Let's do it, Bro. Oh, mein Gott, ja, ja, ja. Push ein bisschen rechts rüber. Ich kann mich vor der Bunker schweißen hier oben. Achtung. Hab ihn low, close, don't. Komm in Slurp rein. Letzter Gegner. Der macht nochmal Kameram, ja. Der braucht mal den Ball, ja. Side of people, side of people. Oh, one shot, one shot. Ich hab ihn mit dem Matipatrickshot. 360. Boom. Let's go. Einfach Rainbow-Challenge gerissen. Und ein fast 150. Kronen, Junge. Geil, Mann. Was eine geile Runde hier. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Schauional. Tschüss. icing. Schau&